So sehr. Danke. Hat das die Kasse? Ja. Ich gebe Ihnen einen Leitersack. Das Geld. Ich muss das Geld zählen. Okay. Du hast jetzt dein Geld. Und das gibst du mir gleich. Dann gebe ich dir das wieder. Okay. Nur noch die Hose, dann sind wir fertig. Brauchen Sie noch ein Unterhand? Ja. Das ist die Faltenhose? Das wäre super. Das ist ja für meine Tochter. Wie heißt sie denn? Die heißt... Äh... Nicht Lena. Nein, die heißt nicht Lena. Die heißt Nina. Nina? Nina. Ja. 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 Welches Opa braucht ich? So eins? Ja. Nina. Ja. Ja. Darf ich mitnehmen? Ja. 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 Die werden... Morgen ist Kindergarten. Morgen ist Kindergarten. Ich muss morgen nicht. Morgen kommt die Mama wieder aus dem Urlaub. Ich muss morgen nicht zu der Arbeit. Nein. Ich bin doch schon bei der Arbeit. Achso. Das ist meine Arbeit oder? Okay. Was haben Sie heute Morgen? Heute Morgen haben Sie eine Fahrradtour gemacht. Waren Sie schon am Aachener Weihach? Nein. Nein. Mit dem Fahrrad? Ich glaube ich habe sie gesehen. Nein. War ich ja nicht. War das Ihre Zwillingsschwester? Ja. Sieht gleich aus wie ich. Ja. So das kann ich nicht. Das kauf mal. Ja. Geh mal raus oder? Gleich Bötchen fahren? Ja. Tretbötchen? Ja. Gleich geht es Tretbötchen fahren. Du auch? Ja. Sollen wir zusammen fahren? Okay. Okay. Dann sagen Sie mal Tschüss zur Videokamera. Tschüss. So bitte sehr.